Die Seefahrer des alten Kontinents Der Mut wurde schon bald belohnt. Die neuen Ländereien bescherten satte Erträge und Platz für neue Metropolen. Gemeinsam stellten die Pioniere sich den Herausforderungen. Mach dich auf zu einer neuen Expedition und erbaue gewaltige Städte in deinem eigenen Reich. Erschaffe die größten und schönsten Metropolen zusammen mit tausenden Mitspielern. Errichtet beeindruckende Monumente und treibe Handel auf der ganzen Welt. Spiel jetzt Anno Online. Das erste Anno für deinen Browser. Spiel jetzt an! Spiel jetzt an! Vielen Dank.